es wird Zeit wie in der Nachkommentation erwähnt die Flucht fortzusetzen ich bin der Drac-Lie in Nostan ah jetzt wird es wirklich fordernd verdammt verfolgt mich nicht so das Licht am Ende des Tunnels äh er dreht um und oh Ich habe das erwartet. Die eine Kugel vom letzten Mal. Schnee! Mit dem nächsten Schuss wär's gewesen. Das mit dem Nichtsterben wird so ne Sache sein. Das ist eine der Cobras. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das dürfte nicht so viel sein, denn ich hab niemanden getötet. Das hier ist ein No-Kill-Run, der Sorrow. Das letzte Mitglied der Cobras. Der Sorrow. Der Geist, den wir schon so oft gesehen haben. Der nächste Boss. Ihr seht schon, er hat kein Leben. Das Sorrow. Warum verfolgst du mich? The Pain. Der käme nicht so früh, aber ich hab wirklich niemanden getötet, deswegen... Deswegen kommt er so früh. Rufen wir mal ein paar Leute an. Sorrow. 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 Ich bin nicht tot. Warum sollte ich sie sonst anrufen? Meinst du, im Toter würde ich anrufen? Damit du ihn vollschreien kannst? Dass du ihn nicht hörst? Nein, das Haro, das ist es nicht Oh, da fiel Du greifst mich gar nicht an, das Haro Warum greifst du mich nicht an? Auch du? Es kommen nur die Bosse, weil ich niemand anderen umgebracht habe Hier würden normalerweise überall Leute rumlaufen, die ich getötet habe Aber ich habe niemanden getötet Das Haro Deswegen greift er mich wahrscheinlich auch nicht an Oh, die End Treibt er total tot Er greift mich doch an Und the Fury Das ist schon der letzte Hm Ist das alles, was du mir zu bieten hast? Was zur Hölle hat Snake da? Raucht er gerade? Der raucht gerade nicht ernsthaft Wenn ich abtauche Raucht er dann immer noch? Nö Hat er sich einfach eine Zigarette angezündet? Das ist so wrong Ich weiß Erinnert ihr euch an diesen Körper? Part 7 meines Let's Plays Wir haben ihn gesehen Wenn auch nur für eine Millisekunde Wir haben dich gesehen The Sorrow Wir haben Deinen Todesort gesehen Verdammt Haben wir Versagt Nicht Mit mir Oh nein Wir haben nicht versagt Dieses Spiel Ist noch lange nicht vorbei Boss You have to shoot me I can't Shoot me You want to finish your mission, don't you? Then You'll have to shoot me The spirit of the warrior Will always be with you Don't be sad We'll meet Again someday Der Geist aus Metal Gesald 4 und 3 Gesald 4 und 3 Jo Mal Show 2 3 5 5 5 6 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Huh? Huh? Oh, 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 oh. Right here. He really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yeah, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was a subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigyn? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew them. Knew what? That he's dead. He's been dead for two years now. He died two years ago? At Selinoyarsk. You know those clips you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yup. Two years ago the boss was sent by the CIA on a secret mission to Selinoyarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So? He was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake. You didn't call. I was worried. Are you alright? Yeah. I took a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah. I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean, that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Good. Das wär's für diesen Part. Let's play Metal Gear Solid 4. Bis zum nächsten Mal. Ciao.